Hallo Freunde, diese mysteriöse Anomalie wurde über Mexiko gesichtet. Die leuchtende Kugel schwebt am Himmel, als plötzlich weitere kleinere Kugeln aufblitzen. Dann macht sie ein schnelles Manöver Richtung Himmel und verschwindet so schnell wieder, wie sie gekommen ist. Einige meinen, es sah eher aus wie eine Lebensform. Andere wiederum vermuten etwas Außerirdisches dahinter. Auch sagen einige User, dass so ein Objekt schon einmal, allerdings in riesiger Form nahe unserer Sonne, mit dem Soho Observatory gesichtet wurde. Aber auch von einem Kugelblitz ist die Rede gewesen. Es wurde viel spekuliert, was es aber letztendlich war, bleibt mal wieder ein Rätsel. Aber was denkt ihr darüber? Lasst es mich wissen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.